Was ist eine Hybrid-OP? Herr Dr. Rosenbauer, ein relativ neues Wort in der Medizin, Hybrid-OP. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Hybrid wird ja heute in vielen Dingen benutzt. Hybrid bedeutet eigentlich Zusammenarbeit von verschiedenen Fakultäten. Und im Hybrid-OP gilt es insbesondere um Bildgebungsverfahren, wo Sie Bilder der Gefäße darstellen können, die Sie sowohl für die Diagnostik wie auch für die OP selber gebrauchen können. Insofern ist unter Hybrid zu verstehen, das Zusammenarbeiten verschiedener Kombinationen der Diagnostik- und OP-Verfahren. Ihr Haus hat ja letztes Jahr einen neuen Hybrid-OP eingerichtet und sogar Vorrichtungen für einen zweiten getroffen. Was hat Sie bewogen, eine solche Investition zu machen? Unsere Entscheidung ist eine strategische Entscheidung. Wir haben ein Konzept, wie unser Haus in den nächsten 5 bis 10 Jahren aufgestellt sein soll. Hier spielt die Gefäßchirurgie eine große Rolle. Und die Gefäßchirurgie ist sich völlig am wandeln. Es werden immer mehr Eingriffe minimalinvasiv erfolgen und sogenannte endovaskuläre Eingriffe. Und dazu benötigen Sie ein modernes Hybrid-OP. Und das ermöglicht, dass Patienten heute operiert werden können, die früher nach Hause geschickt werden müssen. Und das ist ein wirklicher Vorteil für die Patienten. Und insbesondere kann Diagnostik und Operation in einem gleichen Zeitraum erfolgen. Früher mussten die Patienten wieder nach Hause geschickt werden oder in eine OP geschoben werden. Das geht heute alles gleich. Was hat sich seit der Installation des Hybrid-OPs bei Ihnen im Haus geändert? Am Anfang herrschte große Skepsis. Mittlerweile ist diese Skepsis einer gewissen Euphorie gefolgt. Alle sind froh, dass wir ihn haben. Erkennen auch den Mehrwert für den Patienten. Und das Haus steht natürlich auch nach außen hin als ein zukunftsgewandtes Krankenhaus da. Und das erfüllt den einen oder anderen Mitarbeiter durchaus auch mit Stolz an der Stelle. Welche Fachbereiche nutzen den Hybrid-OP besonders? Besonders die Gefäßchirurgie. Das war auch der Anstoß. Aber gleichfalls die Neurochirurgie und die Unfallchirurgie. In der Neurochirurgie handelt es sich um Operationen im Gehirn insbesondere, wo die Gefäße auch dargestellt werden können, was sehr naheliegend ist. Und die Neurochirurgie wird einen zweiten größten Anteil haben. Und in der Unfallchirurgie handelt es sich um komplexe Beckenbruchoperationen, die erfolgen, wo dann auch die Gefäße mit dargestellt werden können. Das klingt nach guter Auslastung. Gibt es auch Rangeleien dann zwischen den Fachbereichen? Es wäre falsch zu sagen, die gäbe es nicht. Natürlich möchte jetzt jeder in diesen OP hinein. Und für uns ist halt wichtig, dass dort die richtigen Operationen erfolgen, die auch den Hybrid-OP benötigen. Aber das ist steuerbar. Wie sieht die wirtschaftliche Seite für Ihr Haus aus? Die wirtschaftliche Seite hat sich auch zum Positiven gewendet. Eigentlich unsere Erwartungen zurzeit schon übertroffen. Wobei eine genaue Ausrechnung kann man natürlich kaum machen. Aber wir können feststellen, dass die Leistungen der Gefäßchirurgie sich innerhalb von einem Jahr verdoppelt haben. Das heißt, Sie bekommen auch viel mehr Patientenzulauf? Der Patientenzulauf ist extrem gestiegen, auch überregional, weil diese komplexen Operationen halt nicht an jeder Stelle angewendet werden können. Und wir uns da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Region herausgearbeitet haben. Können Sie was zu den Fallzahlen sagen, wie die gestiegen sind? Wie gesagt, die Fallzahlen haben sich verdoppelt. Also in der Medizin gibt es nach Punkten. Wir haben in der Gefäßchirurgie 1100 Punkte und haben nach anderthalb Jahren jetzt 2300 Punkte. Mit anderen Worten, Sie sind sehr zufrieden, kann man das so sagen? Wir sind sehr zufrieden, weil die Überlegungen sich als richtig bewiesen haben. Und vor allem wir den Menschen, dem Patienten, der ja immer noch im Mittelpunkt stehen sollte, helfen können. Es können Menschen mittlerweile mit dieser Methode operiert, beziehungsweise geholfen werden, die vorher nach Hause geschickt werden mussten. Und auch das ist natürlich für die Mitarbeiter ein gutes Gefühl. Wann nehmen Sie den zweiten Saal in Betrieb? Wir werden schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre davon auszugehen ist. Vielen Dank.